Die Position Der Torwart Torhüter Der Innenverteidiger Der rechte Außenverteidiger Der linke Außenverteidiger Der linke Außenverteidiger Die Viererkette Die Viererkette Die Dreierkette Die Dreierkette Die Fünferkette Der Sechser Der Sechser Defensiver Mittelfeldspieler Der rechte Außenmittelfeldspieler Der rechte Außenmittelfeldspieler Der linke Außenmittelfeldspieler Der linke Außenmittelfeldspieler Der Flügelspieler Der Flügelspieler Der Zehner Der Zehner Der Stürmer Der Stürmer Der Stürmer Halbrechts 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 Halblinks Halblinks Die Verteidigung Die Verteidigung Der Angriff Der Angriff Das Mittelfeld Das Mittelfeld Das Mittelfeld Offensiv Offensiv Defensiv 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 Außen Außen Zentral Zentral Der Ersatzspieler Der Ersatzspieler Der Bankspieler Der Kader Der Kader